Der Schicht, dementsprechend heute eine etwas andere Rotation bei Jakar Lakovic. Unter anderem Sätzen. Tolles Anspiel! Wow, was eine Szene! Kragic findet wieder Schilling und der Letztkrachl. Einfach rein weggeblockt am Ende. Schauer wird reingestopft, was geht. Ja, nichts. Goodwin mit dem Lob für Gavin Schilling. Es wird ganz schnell eine ganz... HB 3. Oh mein Gott, was macht denn der Schilling da mit dem Ball und mit dem Korb und mit uns allen hier? Viele der Easy Credit BWF und vieles mehr live bei Magenta Sport.